Willkommen zurück zu Dark Star 2, gleiche Stelle, gleiches Rätsel, immer noch keine Ahnung. Also, wir haben hier eine Platte. Wir haben hier einen toten Engel, der mir null bringt. Und wir haben hier einen Drang, der unmöglich ist mitzunehmen. Können wir hier hoch? Kann man hier hoch? Ich bin schon am verzweifeln. Man guckt schon die ganze Zeit, wo man irgendwo hoch kann. Was wäre, wenn wir den mal hier hinstellen? Denn irgendwas muss man ja hier mit diesem Kreis machen können. Also, einmal hier die Seelenteilung, dann ein hier rüber. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau um. Moment, Moment! Ah, da oben kann man hoch. Tja, manchmal ist man wirklich blind. Was nun? Ach, ich bin wieder runtergegangen. Jetzt fallen wir hier einmal runter. Der Geist hat mich abgelenkt, du mieser, rachsüchtiger Geist. Und da hätten wir einen Hebel. Aber dazu brauchen wir die Bombe. Also, die Nummer hier nochmal. Jetzt bin ich hier unten. Jetzt können wir einmal hier rüber. Und somit ergibt das Ganze natürlich Sinn. Und jetzt können wir natürlich auch hier die Bombe nehmen. So, einmal her damit. Und einmal hier drüben hin. Und von da drüben aus nehmen wir mal den Hebel. Na komm. Zack! Was haben wir nun? Nun haben wir die eine untere Seite hier offen auf jeden Fall. Und wir haben noch nebenbei... Ah, nebenbei haben wir hier die Seite offen. Und damit kommen wir wohl... Ähm... Ja. Ach, Moment. Ach, Moment. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir brauchen schon wieder eine Bombe. Aber wir müssen das Ganze so machen, dass wir... die da drüben hinbekommen. Aber wieso jetzt hier unten diese Seite offen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Schauen wir mal. Also, her damit. Und einmal... Boom, bitte. Jetzt wäre die Seite frei. Was haben wir hier? Hm. Also, wieso konnte man hier eben gerade... Moment. Moment. Was haben wir denn hier? Jetzt verstehe ich den Durchgang. Denn wenn hier schon irgendwo was aufgeht, dann muss es dort auch was geben. Und siehe da. Wir bekommen Goldbringer. Dem Sieger gebührt die Beute. Dann schauen wir uns mal die Goldbringer an. Was haben wir hier? Lila sind sie schon mal. Spezialfähigkeit Midas. Damit bekommen wir eben mehr Gold. Gibt Sinn. Aber sonst machen sie weniger Schaden. Und sie haben keine anderen Boni. Also nur eben dieser Midas-Effekt. Ich meine, zum Farm, so im Fjord oder so irgendwo. In den schwächeren Gebieten. Gibt das natürlich Sinn. Aber hier jetzt gerade bleiben wir bei unseren. Aber ganz nett, dass wir die eben gerade gefunden haben. Deswegen immer zweimal gucken. Man weiß ja nie. Okay. Okay. Was haben wir hier? Da unten bekommen wir doch bestimmt wieder eine geheime Fähigkeit. Also kloppen wir mal drauf. Der leeren Läufer. Endlich. Jetzt können wir hier die Portale verwenden. Okay. RT. Schwupps. Und jetzt müssen wir noch hier drüben. Schwupps. Einmal hier. Und dann sind wir hier oben. Gut. Und hier drin finden wir sonst gar nichts mehr. Zack. Einmal hier rüber. Und jetzt können wir hier wieder auf die andere Seite kommen. Aber erstmal natürlich ein paar Gegner besiegen. Natürlich, Freunde. Aber sowas von nein. Einmal hier und einmal hier hinten. Können wir da hin? Ja. Funktioniert. Ah, Moment. Wir können auch noch hier hin. Sollen wir erst hier hin oder sollen wir erst hier hin? Wir gehen erstmal hier hin. Ah, hier sieht man sogar, wo man hinkommt. Ist ja mal cool. Ach, Moment. Jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt verstehe ich ihn nochmal. Wir müssen hier so eine Bombe darüber werfen. Also nochmal zurück. Jetzt müssen wir aber wieder den ganzen Weg zurück gehen. Denn wir hatten ja keine Möglichkeit. So ein Ärger. Immer diese ganzen Laufwege. Laufwege. Das Spiel will mich ärgern. Definitiv. Ich kann nicht. Oh, doch. Du kannst. Rolling, rolling, rolling. Rolling. Einmal hier rüber. Also. Komm. Greif dich. Und jetzt nehmen wir hier einmal das Teil mit. Na, das machen wir mal auf A. Und den hier wählen wir jetzt so aus. Und dann einmal schwupps. Boom. Aber jetzt machen wir noch die Nummer hier. Und zwar. So. Und so. Dann sind wir hier. Bekommen hier einen weiteren Geist. Den wir besiegen. Und kommen von hier aus hier rüber. Und hier bekommen wir rein gar nichts. Doch, ein Hebel. Einen Hebel. Okay, einmal hier runter. Jetzt bin ich wo? Bei einer Truhe. Truhen sind immer gut. Moment. Da drüben ist die Truhe. Oh. Lucky day. Yes. 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 Die können wir sogar noch aufrüsten. Dann macht die natürlich mehr Damage. Wie gesagt, die hier ist voll. Yes. Jetzt sogar schon Kraft. Oh Mann. Was für ein Glück. Na, was haben wir hier? Hier sind wir auch wieder maximal beladen. Und hier drüben. Oh. Na ja, Erfahrung brauchen wir nicht unbedingt. Dann nehmen wir doch lieber die hier mit mehr Kraft und mehr kritischen Schaden. Und ein bisschen mehr Verteidigung. So. Wie kommen wir hier wieder raus? Wir müssen einmal hier drüben wohl eins hinsetzen. Moment. Was können wir hier machen? Mit RT können wir es sogar aufladen. Hier das Portal. Also, einmal hier gedrückt halten. Und. Jetzt haben wir hier mehr Schwung. Und dann einmal hier drüben. So. Mal sehen, ob wir rauskommen. Schwupps. Und schon sind wir raus. Sehr schön. So. Dann wären wir hier auf der Seite fertig. Also einmal hier mit einem großen Schwung rüber. Ah ja. Wer bist du? Wow. Ähm. Ich ruf lieber mal Ghule. Ghule sind immer gut. Die helfen immer. Und können alles. Absolute kleine Wunderviecher. Na komm her. Ah. Okay. Deine Schwestern. What? Und wir nehmen mal die Knarre raus. Denn wir brauchen Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Ich sag doch, wir brauchen Zorn. Und mehr Ghule. Nicht genug Zorn. Unmöglich. So. Die beiden Schwestern hätten wir. Und hier drüben gibt es noch eine Waffe. Grau. Brauchen wir nicht. Okay. Lassen wir liegen. Dann einmal hier. Und einmal hier. So Jungs. Da bin ich. Na komm. Oh. Den sollten wir mitnehmen. Ein besessener Hammer. Den kann man immer gebrauchen. Da schauen wir mal. Was nehmen wir? Wir könnten noch loswerden. Einmal hier die grauen Sachen. Ähm. Ja. Komm. Einmal hier weglegen. Und den Hammer da drüben. Den nehmen wir mit. So. So. Geister. Mit seinen Ghulen. Bam. Und der nächste darf gleich hinterher. Okay. Hier drüben wieder so ein Portal. Wir müssen den Strahl wohl irgendwie weiterleiten. Was haben wir hier? Verderbnis. Muss die weg? Oder können wir die lassen? Na. Die muss wohl weg. Also erstmal hier drüben. So. Dann kommen wir wohin? Dann kommen wir hier hin. Von hier aus müssen wir. Hm. Moment. Also. Die Seite, die hätten wir. Was haben wir hier drüben noch? Eine Münze und ein paar Vasen. Ich kann nicht. Oh. Sieh mal einer an. Eine Truhe. Very nice. Blaue Sensen. Drei Münzen noch. Also. Wir wollen hier drüben hin. Wir müssen. Diesen Strahl da hinten hinlenken. Dann schauen wir mal, ob wir an das Portal da drüben rankommen. Na? Perfekt. Und wenn wir schon hier sind, gehen wir noch da hinten hin. Also. Dieses Portal hätten wir. Da kommen wir auf die Seite. Und wenn wir einmal hier hin machen. Und einmal da hinten hin machen. So geht's. War noch ein Stück. Ja. Dann kommen wir auf die Seite. Und hier waren wir ja im Grunde schon mal. Von hier sind wir doch hergekommen. Wir bräuchten jetzt nur eine Bombe. Damit wir mit der Bombe hier die Verderbtheit wegbekommen, dann könnten wir nämlich da hoch. Und da oben gibt es bestimmt irgendetwas Interessantes. Aber wo kriegen wir die nochmal her? Die war doch, soweit ich weiß. Moment. Wo bin ich jetzt? Die war doch ziemlich weit weg. Hm. Können wir mit der reisen? Ist die große Frage. Also. Wenn wir hier unten entlang gehen. Dann kommen wir wieder zu der einen Seite mit diesen Gruben, wo man reinspringen muss. Oder? War das nicht hier? Ne. Da kommen wir wieder in die Zitadelle zurück. Genau, hier war der Stein. Aber wie kommen wir nochmal auf die andere Seite? Also. Hier war der Stein. Hier waren wir auch schon. Wie sind wir? Ach, Moment. Genau. Wir sind doch irgendwie da unten entlang. Wie war das nochmal? Gott, immer diese ganzen Wege. Vogel. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Wir könnten hier rüber. Müssen dazu hier rüber. Moment. Also. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Dann hier rein. Dann wären wir hier. Hm. Nee. So kommen wir aber auch nicht da hin. Ist ja auch egal. Dann gehen wir eben da drüben hin und machen die Nummer hier mit der Verderbnis später. Ah, Moment mal. Da oben sieht man es ja. Da oben gibt es sogar eine Bombe. Also müssen wir wohl erstmal hier weiter und gucken, dass wir irgendwie dann da oben drauf kommen. Ah, da. Es gibt noch einen anderen Weg. Also erstmal hier entlang. Jede Menge Geister. Geister. So, Geisterproblem gelöst. Die Kohle, die nehmen wir mit. Oh, noch mehr von denen. Wie ist sie lieber? Eigentlich können wir doch die bestimmt mit der Waffe perfekt wegholen. Genau. So geht es viel schneller. Aha. Hier müssen wir dann den Weg freimachen. Und irgendwo höre ich schon wieder so einen Stein. Da oben. Den nehmen wir uns noch. Genauso wie den Geist. Genauso wie die Münze. Hallo, Ladies. Einmal bitte Gule. Ah. Und dann zerlegen wir sie. Und heilen uns wieder hoch. Mit dem Turbo hier. Oh Mann, da kommen ja noch mehr. Nein, das sehe ich nicht so. Deen ist nicht so meine Stärke. Ich brauche mehr Zau. Also hier mit den Klauen. Wir sind immer wieder vollgeheilt. Wir brauchen im Grunde gar keine Tränke mehr. Zerstören. Solange wir die Klauen haben. Absolut immer die Teile. So, das war's. Wir müssen uns einmal hier teilen. Dann einmal auf der Seite hoch. Schwupps. Auf der anderen. Auf der anderen. So. Und dann sollte da unten die Klappe aufgehen. Hm. Moment. Moment. Aber wenn wir jetzt zurückgehen, dann sind wir doch hier unten und es bringt uns null. Wir müssen das anders machen. Und zwar müssen wir einmal hier und einmal hier mit Ladung. Ah, Moment. Okay. Jetzt kommen wir mit Schwung hier rüber. Ah, und dann müssen wir hier entlang. Jetzt verstehe ich die ganze Sache. Wir machen hier nochmal zu. Denn ich glaube, wir haben keinen Schwung. Und jetzt nochmal hier mit Ladung. Schwupps. Hier unten. So. Und dann hier wieder hoch. Einmal hier die Seelenteilung. Dann einmal hier an den Hebel ran. Und hier drüben. Wo ist er denn? Ja, hier. An den nächsten. So. 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 Tada. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Und tschüss.